25 Block, wo auch ich meine Siss habe ich noch nie gehabt. Bist du ein Gastblock? Nein, im Heimbereich. Heimbereich? Ja, der Gästeblock war voll, dann gehst du eben in den Heimbereich. Aber da hast du die gerade früher gekauft wahrscheinlich. Weil, wo ich gekauft habe, gab es das auch nicht mehr. Also zumindest nicht die ganzen belieben Plätze. Ich habe jetzt eigentlich nur eure Farben eigentlich raus, wenn sie gut sind. Ich frage mich, wo du da bist. Die kommen vielleicht mit U-Bahn an. Die sparen sich, die konzentrieren sich auf Turfie. Oder sie denken, es reicht eine halbe Stunde vorher anzukommen. Die kommen vielleicht mit U-Bahn an. Die kommen vielleicht mit U-Bahn an. Die kommen vielleicht mit U-Bahn an.